Letztlich dumm, das gibt's ja fast gar nicht. Ja, denn ist sich gerade... Captain Jens hat sich leider in der Counterpick gerührt. Nichts damit gerechnet hat, dass Luma Marv bleibt. Ich hab vergessen, dass er Marv war. Oder Marv war. Oder immer noch Marv ist. Weil ich schon gehörig doof bin. Ja, das ist halt... Boah, das weiß auch wieder. Der ist halt gehörig doof. Das hat er schon viel gut festgestellt. Da hat Captain Jens gerade den ersten Stock verloren. Und der D wird auch... Der D wird auch schon. Tatsächlich, der D wird auch schon. Ja, auf Jens kann es aber sehr schnell gehen. Aber saubere Aktion von KuKuKu. Nicht identisch mit Captain Jens. Der überhaupt nicht identisch ist mit Captain Jens. KuKuKu hat auch ein viel höheren Sphäre als dieser Captain. Aber der Captain hat sich heute nicht auf das Schütt getraut. Oh, da versucht Dennis sein Glück und... Scheiterts! Ein Glück! Gescheitert! Scheitert! Ich kann doch nicht spielen, Mann. Jetzt ist doch echt klar. Ich rutsche hier ein bisschen nach hinten. Es ist hier aber gerade Team Grand. Dann ist die Beine. Ja, da meckert der fast, dass er nicht spielen kann. Wen interessiert's? Ha, ha, ha! Moin! Alle Menschen werden Atem noch rausgezählt. Da bist du hier auf jeden Fall in der Potschlapplechse. Da hast du auf jeden Fall gerade eine richtige Auszeige gekochen. Ich hab doch gespottet, was für eine Scheiße! Ja, da waren die Niedel. Oh, der Neck ist so lang! Oh, Scheiße! Damit hätte wohl niemand gerechnet, das zu mir. Äh... 2-0 steht das. 2-0, ja. 2-0 für Luma und Raiden. Wunderbar. Jetzt erfüllt uns der Harris mit seiner Musik. Und da muss Dennis jetzt ordentlich aufhacken, damit er da noch was ziehen kann. In diesem Song geht das jetzt um schöne Menschen. Das heißt, perfekt für dieses Match. Perfekt für diesen Raum. Das ist hier sehr schön. Das geht los. Alle Arme hoch. Wenn es Jungs lässt heule, dann geht es nun los. Weil der B-Koller frei ist und ich bin der Opa. Ich liebe Party machen, kriegt dafür auch noch los. Hätte ich gar egal, wenn es immer mehr los. Lass uns alle einen Schoß machen. Ich spreche uns raus. Alle sagten, sie wollen das Party. Bullshit. Im B-Koller laut. B-Kollshit. E-K-Typ, die treffen sich die Frauen schön. Und sich selbst machen die Frauen, wenn sie sich zu grün. Dann kommen wir ins Geschehen. All eyes on me. Denn ich bin nicht zu übersehen. Der Kapitän hat nur noch einen Stock. Oh, und da ist der Kapitän raus. Er nimmt sich noch den letzten Stock. Oh, das kann man nicht. Steh wird schon mit 143%. Und da geht der Luma raus. Aber er hat noch 2 Stocks oder sogar nicht. Er geht dann raus. Es klingt, als würde er den Raum verlassen. Vielleicht. Oh, der Raiden mit unglaublichem Pressure. Der Luma verlässt den Raum und gewinnt trotzdem. Ah, da hat der Dennis die 169 auf seiner Seite. Aber das wird ihm nicht helfen. Oder zu 78. Oh, das war schön. Super Aktion von Dennis. Und da klaut der Luma ihm ganz dreist die Kante. 3-0. Ja.